Ja endlich ist es wieder soweit. Wir sind wieder im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris. Ihr seht, wir haben wieder super Glück mit dem Wetter. Heute werden 26 Grad strahlende Sonnenschein und heute ist ja eigentlich die Pride. Aber in dem Vlog seht ihr nicht so Pride. Das separiere ich ein bisschen. Es ist knapp 10 Uhr. Wir schlendern jetzt mit Brina und Nina in den Park. Der Daniel ist heute auch dabei, da freue ich mich sehr. Wir haben ihn lange nicht mehr gesehen. Also ich habe ihn bei Disneyland Concert ja gesehen, aber im Disneyland waren wir lange nicht mehr zusammen. Und ja, es ist natürlich wieder super voll. Parkplatz ist voll, super viele Leute, aber das ist nichts Neues. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht in den nächsten Wochen und Monaten ändern, weil es ist ein großer Ansturm zum dreisten Geburtstag. Und wenn jetzt der Avengers Campus nächsten Monat aufmacht, dann ist recht. Ja, wir schlendern jetzt erstmal in die Studios. Wir wollen uns erstmal das neue Merch für die Pride anschauen. Und dann schauen wir mal. Fotos, shoppen, irgendwas essen müssen wir ja heute auch noch. Und dann ziehen wir uns heute Nachmittag nochmal um für die Pride. Ich habe übrigens heute schon das neue Merch ein. Von der Retro Euro Disney Kollektion. Die Ohren. Das T-Shirt und Jersey habe ich auch dabei für Fotos. Aber es ist viel zu warm, um den jetzt anzuziehen. Wir freuen uns auf einen schönen Tag. Ja, wir haben jetzt die Studios tatsächlich wieder verlassen. Wir haben das Pride Merch gesehen. Das Pride Merch findet ihr aber in dem Pride Video. Das zeige ich euch jetzt hier nicht. Aber wir haben noch jemand anderen gefunden. Ich war einfach hier. Er war einfach hier. Er ist immer hier. Ich habe mich verfahren heute Morgen. Ich wollte eigentlich zur Arbeit. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen hier im Park. Stimmt, ja. Wir haben dich schon vermisst. Vielen Dank. Aber du warst auch nur einmal inzwischen drin da. Ja, aber ohne dich. Ja, das stimmt. Das ist immer schöner mit Daniel. Wir haben schon viel gelacht. Ja, das stimmt. Der Tag hat erst angefangen. Ja, also wie gesagt, wir haben uns das Pride Merch angeschaut. Ich habe ein bisschen was für das andere Merch Video abgefilmt. Was es aktuell vom 30er Jahre Merch gibt. Jetzt gehen wir rüber. Gucken, ob es die Retro-Kollektion noch im Floras Boutique gibt. Und was es sonst so gibt. Und dann gucken wir mal was wir heute essen. Und lassen bis nachmittags gleich den Tag relativ entspannt angehen. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier noch nicht so nah dran. Aber ihr seht, Miki wurde in den Pride Farben gepflanzt. Die Fontäne ist natürlich gerade mitten im Weg. Aber wir gehen später vielleicht noch näher dran. Aber es sieht richtig schön aus. Die Fontäne ist natürlich sehr gut. Die Fontäne ist natürlich sehr gut. Ich habe schnell Fuß in derafje in der Serie, auch noch mal mit den Tag, wie sie seitens noch lang in der Serie, auch noch mal mit den Tag, und mehr mit den Tag. Es gibt einen neuen Macaron Also ein neues Muster auf eine Macaron Und zwar zum 30. Geburtstag Es kostet nur 2,20 Euro Und es gibt auch noch Rabatt Also das ist wirklich der Knaller Es ist ein Schnapper Holt euch den Wir haben uns den jetzt nur geholt für Foto Und dass wir den euch auch mal zeigen können Wie er schmeckt, das testen wir jetzt Ganz krass ist das verbotene Lied Schmeckt, schmeckt Geht für 2,20 Vorsicht Der ist gut jetzt Eigentlich wollten wir Mittagessen gehen In Sella Notte Aber Nein, ihr wollt unbedingt auf die Show sehen Deswegen haben wir uns jetzt hier Auf Central Plaza gestellt Und guck, die Show Die kommt jetzt auch gleich schon Oh! 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 If you wish you're part of the sky Your dreams come true Oh! Yeah, sing it! Oh! Oh, 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 oh Ja und jetzt geht es endlich zum Essen. Wir haben schon richtig Hunger. Wir haben Dani überstimmt, es geht ins Bella Notte. Er mag das ja nicht so, aber wir finden es eigentlich wirklich in Ordnung. Und mal ein bisschen im Schatten sitzen. Heute ist es sehr, sehr warm. Ich bin auch froh, wenn ich gleich mal mein Pride Outfit anziehen kann. Das ist nämlich ein bisschen luftiger. Aber ich muss euch das hier noch tatsächlich zeigen. Was? Ne, ich singe mich weiter. Singen? Nein, ich kann das nicht singen. Wenn die Zuschauer wissen, weiter können weiter sein. Dann ist wieder alles peinlich. Heute Abend wird es super. Ja, wir haben unser Essen bekommen. Ich habe Menü 4. Das sind die Spaghetti mit Fleischbällchen, einmal Tiramisu, Cola und Knoblauchbrot für 17 Euro ohne Ries. Rabatt. Rina hat die Käsennudeln für Menü 1. Ganz lecker. Also mir schmeckt es hier immer ganz gut. So, let's go. Yes. Ein Treffen mit Geppetto darf natürlich nach der Bella Notte nicht fehlen. Essen war eigentlich ganz okay. Also auch hier bei Simones Vlog, ich habe beide Kameras in der Hand, kann es jetzt mal sagen. Es war okay. Ich hatte die Lasagne. Die anderen hatten die Nudeln, habt ihr ja sicher schon gesehen. Man konnte es essen. Das Eis war eigentlich das Beste. Aber da konnte man jetzt auch nicht viel verkehrt machen. So, wer ist zuerst dran? Rina? Ne. Zuerst Simone. Natürlich. Eine Umarmung. Nach dem Essen haben wir uns direkt bei Geppetto angestellt. Ich habe mich ja mal beschwert, dass es so wenig Charaktere gibt und immer lange Warenzeiten. Hier tatsächlich haben wir nicht mal fünf Minuten gewartet und sind direkt dran gekommen. Jetzt kommt die Amber, die wir ja schon in Aubergine getroffen haben. Die uns da bedient hat und die verbringt jetzt noch ein paar Stunden mit uns. Musik 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 Amba ist gerade bei uns, die warten kurz, aber wir gehen gerade mit Nina zum Pintrading Shop. Um dann was nachzugucken. Kurze Wartezeit, Big Thunder Mountain hat gerade 14 Uhr, 60 Minuten Wartezeit. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Wir müssen uns demnächst umziehen gehen, müssen noch Fotos machen. Wir haben noch gar keine Fotos gemacht. Das ist gar nicht üblich bei uns. Aber als wir reingekommen sind, ich finde, dass wenn die Sonne so um 12 Uhr hoch steht, gibt es auch keine schönen Bilder. Dann haben wir Schatten im Gesicht und so. Die beste Zeit für Bilder ist tatsächlich morgens. Aber da waren wir noch nicht hier und wir sind zu essen in die Studios und Shopping etc. Und morgen kommen wir wahrscheinlich auch nicht so früh, weil wir nicht langen, der Abend. So, wir sind jetzt hier kurz beim Pintrading Shop und ja, hier gibt es diese Klopferhülle. Kostet 10 Euro. Dieses Pin ist jetzt zum 30. gibt es hier auch. Kostet 39. Peter Pan Pins. Ich möchte euch mal kurz zeigen. Ja, also wenn ihr Pins sucht, ist das tatsächlich hier die gute Anlaufstelle. Hier gibt es einige. So, bevor ich es wieder vergesse, zeige ich euch jetzt noch mein Outfit of the Day. Es ist schon ein bisschen warm fürs Outfit, aber es gibt die neuen Retro Ohren. Das coole ist, es steht dann 1992 drauf und ich habe ja Geburtstag. Oder ich bin geboren im Jahr 1992. Das finde ich richtig cool. Passt dazu das T-Shirt. Das steht auch 1992 drauf. Den Rock habe ich mir von zu Hause mitgebracht. Das ist einfach von About You. Und so ein bisschen retro-mäßig mit der Tasche von Primark, der Brille und die Adidas Schuhe sind eigentlich auch so ein bisschen retro-mäßig. So rot-blau-mäßig. Aber ich finde die neue Kollektion richtig cool. Vor allem, weil da mein Geburtsjahr draufsteht. Ja, wir haben uns doch dazu entschieden, noch eine Attraktion zu fahren heute und zwar Big Thunder Mountain. Denn es ist ja schon relativ warm und wir brauchen so eine kleine frische Prise. Und ich muss wach werden wieder. Und Daniel muss wieder wach werden. Er ist ja schon gefühlt seit vier Uhr wach. Halb vier. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Ich habe meine Ohren schon ausgezogen. Ich nehme euch natürlich mit auf der wilden Fahrt. Wildest ride in the wilderness. The wildest ride in the wilderness. Ich sehe mich mit Horne die Bauer in der Wilde Überschern. Wir sind auf der – Bauer aus dabei! Im She illustrations. In der kappel. Wisch so auf der Weg. Das ist alles. Der 1d muss her. Ich habe mich mit Gritton und normalefahren Grandmaissheit. Untertitelung. BR 2018 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 Wir sind jetzt hier kurz noch mal im Emporium und den Schulter sitzt in Forky. Den halte ich ja in Walt Disney World an. Den gibt es jetzt hier auch zu kaufen. 16 Euro. Es gibt auch Groot. Es gab auch mal Baby Yoda. Den gibt es aber wohl gerade nicht mehr. Und seit neuestem gibt es Tinkerbell. Aber ich muss sagen, die gefällt mir überhaupt nicht. Dieser dicke, ovale Kopf. Nee, geht gar nicht. Kostet aber glaube ich auch 16 Euro. Eine Sekunde. Ja. Und es gab immer Woody habe ich auf Instagram oder so gesehen, aber den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Es gibt auch neue Ohren, die ich tatsächlich erst mal nur hier gesehen habe. In dem Shop, in dem Ribbon, irgendwas Shop. Da wo ihr gegenüber von Floras Boutique an der Ecke, da wo ihr in der Nähe auch die Rollstühle und so ausleihen könnt. Genau. Gibt es hier für 23 Euro. Und die sind natürlich aus Amerika. Die habe ich da zum ersten Mal gesehen. Sind schon richtig schön, muss ich sagen. Gefallen mir echt gut. Ja und das war mein erster Vlog. Der Vlog vom Samstag vor der Pride. Wir laufen jetzt im Auto. Ziehen uns um. Und ja, das Pride-Video gibt es ja schon dann auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal anschauen, wie die Pride war. Ich kann sie leider noch nicht sagen. Ist ja in der Zukunft gerade noch. Aber ich freue mich trotzdem sehr. Das Wetter ist, wie gesagt, mega gut. Und ich bin froh, wenn ich mich gleich umgezogen habe. Weil ich bin heute schon sehr verschwitzt. Ja, wir hatten einen schönen Tag bisher. Wir haben einen Charakter getroffen. Wir haben eine Attraktion übergefahren. Das ist der Wahnsinn. So viele Sachen haben wir heute erledigt, die wir sonst nicht machen. Wir haben gut gegessen. Und ja, jetzt ziehen wir uns um. Und dann sehen wir uns später bei der Pride. In dem Video nicht mehr. Ich hoffe, der kleine, aber feine Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Klickt auf die Glocke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020